Was ist eigentlich das Besondere an einem BH, der Körbchengrößen bis zu J anbietet? Das will ich Ihnen gerne erklären und dazu unser Modell Cotton Dots nehmen. Der Cotton Dots BH hat in den Körbchen ein ganz besonders festes Baumwollmaterial, das der Brust sehr gute Stütze verleiht. Außerdem sind die Körbchen ausgesprochen tief geschnitten, denn sie brauchen für die größere Büste mehr Platz. Und dazu kommt auch noch, dass unterhalb der Brust im Körbchen eine spezielle kleine Stützkonstruktion eingebaut wurde. Die verleiht ihrer Brust außerdem zusätzlichen Halt. Das Material des BHs ist, wie der Name schon sagt, Baumwolle. Das sorgt dafür, dass er ganz besonders angenehm auf der Haut liegt und sich anfühlt, als wenn er gar nicht da wäre. Ein weiches, sehr schönes Material. Woran man auch denken sollte bei einem solchen BH, das ist, dass die Haut atmen muss. Und deshalb haben wir ihn konstruiert mit diesen kleinen Punkten, die Sie auf dem Körbchen sehen. Die Punkte sorgen dafür, mit ihrer durchbrochenen Struktur, dass genügend Luft an die Brust kommt und so Ihre Haut angenehm atmen kann und Sie sich auch im Sommer nicht zu heiß fühlen. Eine weitere kleine Besonderheit an diesem BH sind die Träger, die sich bei diesem BH von vorne verstellen lassen. Das macht es natürlich viel leichter, die richtige Passform für Ihre speziellen Körper zu finden. Diese ganzen Besonderheiten machen den Grund aus, warum ich Ihnen bei Körbchengrößen bis zu J auf jeden Fall unser Cotton-Dots empfehlen würde.